Kalkhof zeigte auf der Eurobike 2013 in Friedrichshafen unter anderem das Ergo Impulse E-Bike. Ein Fahrrad zum pulsgesteuerten Radeln. Dabei wird die Pulsfrequenz drahtlos an die Steuerzentrale übermittelt. Außerdem analysiert das System Geschwindigkeit und Trittkraft. Sollpuls und Istpuls werden verglichen und dann passt die Steuerung die Motorunterstützung automatisch an. Das Getriebe ist auch automatisch. Es kommt die Da Vinci Harmony zum Einsatz.